Downsizing nimmt den Druck von einem. Willkommen in Leisureland. Oh mein Gott. Manchmal glaubt man, wir wären in der normalen Welt. Und dann passiert etwas. Oh mein Gott. Und du merkst den Unterschied. Es ist wunderbar, wenn man klein ist. Finden Sie nicht? Ja, es hat seine Vor- und Nachteile.